rentenminderung ausgleichen bleibt der abschlag bestehen oder erhalte ich eine rente ohne abschlag wenn ich die minderung der rente ausgleiche mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid24.de ich habe eine ganz interessante mail rein bekommen und dies also richtig groß und lang und ich würde das mal so kurz raffen und die dame fragte also an sie hatte also da ein gewisses verständnis problem sie hat also für ihre zu erwartende altersrente mit abschlag diesen abschlag den hat sie vollständig ausgeglichen durch diese entsprechenden zusätzlichen beitragszahlungen das ist ja seit 2017 zu verbesserten bedingungen möglich das hat sie auch gemacht jetzt war sie in einer beratung bei der bei ihrer rentenversicherung und der versicherungsälteste konnte ihr also sozusagen nicht erklären warum ihre rente einen immer noch einen abschlag hat und sie ist der meinung dass ihre rente durch die ausgleichszahlung einen keinen abschlag haben dürfte und ich habe mal ein beispiel gemacht und zeige ihnen einfach mal wie das dann in der realität aussieht meine damen und herren gucken wir uns das mal an ich hoffe dass sie das gut sehen können ansonsten mache ich das mal ein bisschen größer ja genau also fangen wir mal an ja also die formel die hier vielleicht eine rolle spielen könnte wäre rente mit abschlag plus ausgleichszahlung gleich rente ohne abschlag fragezeichen diese formel ist nicht korrekt sie ist falsch ich hätte da ein fragezeichen dahinter stellen müssen aber habe ich leider vergessen also diese formel ist grundsätzlich falsch meine damen und herren mathematisch gesehen vielleicht richtig aber rentenrechtlich gesehen absolut falsch deshalb können sie immer bitte davon ausgehen wenn sie eine altersrente mit abschlag bekommen dann bleibt diese altersrente eine altersrente mit abschlag ob sie da noch weitere entgeltpunkte durch ein verdienst erwirtschaften oder aber hier einen eine minderung ausgeglichen haben spielt überhaupt keine rolle meine damen haben schauen wir uns das mal ganz entspannt an ich habe hier ein beispiel mal gebildet also unsere versicherte oder der versicherte ist am 15 januar 1961 geboren er hat eine rentenauskunft bekommen mit stand 31.12.2022 hat er also hier jetzt muss ich mal gucken hier ich will mal die tools weg machen hat er also 55,4321 entgeltpunkte erstmal erwirtschaftet die summe aller entgeltpunkte die summe aller entgeltpunkte ist bitte nicht zu verwechseln mit den persönlichen entgeltpunkten das erkläre ich gleich was das ist die summe aller entgeltpunkte setzt sich zusammen aus entgeltpunkten aus beitragszeiten pflichtbeitragszeiten aus entgeltpunkten für beitragsfreie zeiten und entgeltpunkte für beitragsgeminderte zeiten und in unserem beispiel sind es genau 55,4321 entgeltpunkte findet das mit dem 4321 irgendwie immer klasse ja ob sich gut rechnen lässt eine völlig andere frage also mit stand 31.12.2022 wäre der anspruch auf eine regelartesrente würde der bei 2084 euro und 24 cent liegen ich habe die 55,4321 entgeltpunkte mal multipliziert mit dem rentenwert 37 euro 60 können sie einen taschenrechner nehmen und das mal nachvollziehen jetzt ist es so unser versicherter kann frühestmöglich mit 63 zum ersten 2.2024 in rente gehen ja genau das heißt der vollendet am 14.1.2024 das 63 lebensjahr also kann er im februar 24 erstmals rente gehen und dann würde er einen abschlag von 12,6 prozent bekommen der abschlag berechnet sich vom ersten zweiten 24 bis zum 31.7 27 danach ab ersten achten 2027 könnte seine regel altersrente beginnen das heißt also wir haben hier 42 kalendermonate diese 42 kalendermonate werden mit dem faktor 0,3 multipliziert das ergibt 12,6 prozent abschlag ja so jetzt berechnen wir mal den abschlag in konkreto das heißt also wir nehmen jetzt also die entgelt punkte und multiplizieren die mit dem zugangsfaktor der zugangsfaktor bei einer abschlagsfreien rente regel altersrente altersrente für besonders langjährig versichert regulärer renten eintritt für eine altersrente für schwerbehinderte menschen oder altersrente für langjährig versicherte ist immer 1,0 das heißt also sie wissen 1,0 zugangsfaktor bedeutet rente ohne abschlag jetzt da aber die altersrente für langjährig versicherte am 2 24 beginnen soll hat logischerweise unser versicherter einen abschlag von 12,6 prozent das heißt also ich ziehe von den 1,0 12,6 prozent ab und bekomme den zugangsfaktor 0,874 genau und diese 0,874 multipliziere ich mit den 55,4321 entgelt punkten und erhalte die sogenannten persönlichen entgelt punkte das heißt also nehmen wir mal an der sie oder er würde nach dem ersten ersten 20 23 nicht mehr weiter arbeiten dann hätte er auf basis er oder sie auf basis von 44,447 sieben persönlichen entgelt punkten dann eine rentenanwartschaft ab dem ersten zweiten 2024 von 1671 euro und 23 cent ich habe also diese 44,447 entgelt punkte persönlichen entgelt punkte mit dem rentenwert 37 euro 60 vervielfältig ganz klar kiste relativ einfache renten berechnung der monatlichen altersrente so jetzt wollen wir aber wissen wie viel entgelt punkte verliert denn unser versicherter oder unsere versicherte wenn sie tatsächlich hier den abschlag bekommen würde dann ziehen wir von den 55,4 321 summe alle entgelt punkte einfach die 44,447 entgelt punkte ab und haben dann die minderung von 6,9844 entgelt punkten das ist der minderungs betrag meine damen und herren das ist der minderungs betrag entgelt punkte werden immer mit vier stellen hinterm komma ausgewiesen ja und jetzt passiert natürlich folgendes wir merken uns das ja diese 6 diese 6,9844 entgelt punkte ist ein ganz wichtiges halte müssen wir uns einfach jetzt mal merken für die nächsten berechnungs schritte jetzt ist es so die rente beginnt am 1.2 2024 unser versicherter hatte ja damals eine rentenauskunft mit stand 31 12 2022 dann fehlt also vom ersten januar 2023 bis zum 31 1 2024 von fehlen ja noch verdienst sein unsere versicherte geht ja ganz normal noch weiter arbeiten ist ja klar er bleibt ja nicht zu hause sitzen also habe ich jetzt mal gesagt der erwirtschaftet in der zeit vom ersten januar 2023 bis zum 31 1 2024 noch zwei entgelt punkte dazu dann hat er statt die 55,4 321 dann auf einmal 57,4 321 entgelt punkte ja er hat also noch ein bisschen verdienst und das wort er noch mit einberechnet so dann muss ich natürlich am 31 1 24 die summe aller entgelt punkte berechnen und das sind zum einen die 57,4 321 zwei entgelt punkte mehr als die rentenauskunft weil er ja was verdient hat noch dazu dann die 6,9 844 das ist der sogenannte zuschlag entgelt punkte zahlung ausgleich renten minderung ja das sind sogenannte zuschlags entgelt punkte das ergibt dann in der summe aller entgelt punkte 64,4 165 entgelt punkte und diese 64,4 16 entgelt punkte muss ich natürlich wieder kürzen um 12,6 prozent also um den zugangsfaktor 0,8 7 4 und bekomme dann 56,3 0 0 0 0 0 persönliche entgelt punkte und genau aus diesen 56,3 0 0 0 persönlichen entgelt punkten rechnet sich dann meine oder die monatsrente unseres versicherten und der erhält dann 2116 euro und 88 cent das heißt also diese 56,3 0 0 persönlichen entgelt punkte sind sogar etwas höher als die summe der entgelt punkte aus der rentenauskunft bei mit 55,4 321 also sie sehen meine damen und herren mathematisch ist hier der ausgleich erfolgt ja das liegt also hier ran ja gucken sie bitte summe aller entgelt punkte stand 31 1 2024 mit also einen tag vor beginn der altersrente da ist der renten bescheid erlassen worden und da haben wir die 57,4 321 plus 6,9844 das ist also sozusagen der entgelt punkte betrag den ich durch die ich durch den ausgleichsbetrag der zusätzlichen beitragszahlungen in die rentenkasse eingezahlt habe das wird dann praktisch noch mal rückgerechnet es kann sogar vielleicht ein bisschen höher sein ja aber jetzt in unserer berechnung ist das genau dieser betrag und das ergibt dann 64,4 165 entgelt punkte als summe aller entgelt punkte daraus werden dann persönliche entgelt punkte gemacht und daraus wird dann die rente berechnet das heißt also mathematisch gesehen ist hier kein abschlag mehr vorhanden aber rentenrechtlich gesehen das möchte ich ihnen noch mal ganz klar sagen kann es niemals sein dass eine rente mit abschlag nach ausgleich der rentenminderung ohne abschlag gewährt wird also rente wird trotzdem mit 12,6 prozent abschlag gezahlt ich dachte ich habe sie aber abschlags frei warum ist das so erstens die altersrente behält den abschlag aus einer altersrente mit abschlag kann gesetzlich niemals eine altersrente ohne abschlag werden weil sie den ausgleichsbetrag zur minderung des abschlags gezahlt haben paragrafen 34 absatz 2 sgb 6 steht drin man kann aus einer rente mit abschlag die man dann bestandskräftig erhalten hat nicht in eine rente ohne abschlag wechseln der abschlag wird durch die zahlung des ausgleichsbetrags mathematisch gemindert denn mit der ausgleichszahlung werden zusätzliche zuschlags endgelt punkte in die summe der endgelt punkte aufgenommen und dann mit den gekürzten zugangsfaktor vielfältig es bleibt in der summe bei den endgelt punkten ohne abschlag so ist es häufig oder vielleicht ein bisschen weniger bisschen mehr je nachdem wann genau die berechnung des ausgleichswertes erfolgt ist und wann genau man dann tatsächlich auch diese zahlung vorgenommen hat meine damen und herren sie sehen es ist gar nicht so einfach aber ich wollte es ihnen mal anhand der kleinen berechnung hier mal erklären wie diese ganze geschichte dann tatsächlich aussieht konkret können sie es ja nur sehen wenn sie zum beispiel von der deutschen rentenversicherung oder von ihrem rentenversicherungsträger den entsprechenden oder die entsprechende besondere rentenauskunft erhalten wo dann drin steht wie hoch der ausgleichsbetrag ist welche endgelt punkte hier letzten endes auszugleichen sind wie eventuell die verteilung der endgelt punkte in endgelt.ost oder west dann erfolgt je nachdem eines dürfte sicher sein mit der erhöhung des vorläufigen durchschnittsentgeltes von derzeit 43.000 euro im jahr 2023 auf über 45.000 euro im jahr 2024 wird es eine erhebliche verschlechterung der berechnungswerte geben das heißt also sie müssen für einen ausgleichswert der im jahr 2023 mit 43.000 euro durchschnittsentgelt berechnet wird im jahr 2024 wenn sie da erst eine entsprechende rentenauskunft abfordern deutlich mehr geld bezahlen höhere beitragsleistungen in die rentenkasse einzahlen das ist das problem mit dem höheren durchschnittsentgelt vorläufigen durchschnittsentgelt welches ab 2024 gelten soll ich habe ja dazu ein video gedreht zum thema der neuen rentenrechenwerte in der sozialversicherung näheres zu diesem thema finden sie wie immer auf rentenbescheid24.de ich wünsche ihnen eine super rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater peter knöpfe